Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Kartellmarkt. Aktuell, wir müssten mittlerweile bei Folge Nummer 137 sein, wenn ich das jetzt korrekt im Kopf habe. Und wir haben jetzt doch sehr verspätet, aber eben war ja auch angekündigt, einige Themen, über die wir reden wollen. Und zwar mindestens mal vier Stück, wahrscheinlich sogar noch mehr. Ja, müssen wir gleich mal gucken. Es gibt einiges zum Thema 6.1.4 und damit wollen wir auch direkt anfangen. Das nächste große Update, was dann demnächst, ich nehme mal an, im Oktober, im Verlauf des Oktober kommen wird. Und da gibt es ja einige neue Sachen und auch ein paar Änderungen. Und die wollen wir jetzt im Endeffekt mal kurz durchgehen. Ja, und wollen uns mal anschauen, was denn dafür so geplant ist. Also für 6.1.4 soll es auch Änderungen am Eroberungs-Event geben. Und das ist natürlich eine Sache, die die meisten Leute betreffen wird. Und da werden wir jetzt am Anfang direkt mal drüber sprechen. Das heißt, es wird eine Point Rebalance geben. Das heißt, die Punktverteilung für die verschiedensten Eroberungsziele wird sozusagen nochmal überarbeitet. Und da sehen wir dann im Endeffekt hier unten auch schon, wie das Ganze aussehen wird. Das heißt, hier haben wir eben zum Beispiel das Schrottverkaufen. Ja, wenn man den Companion losschickt, um Schrottverkaufen zu gehen, dann kriegt man nicht mehr 1.750 beziehungsweise irgendwas um die 2.500 mit dem Bonus entsprechend, sondern man kriegt oder 5.000 oder weiß ich, wie viele Punkte man da gekriegt hat. Man kriegt hier jetzt nur noch 550 Punkte. Basiswert plus der Eroberungsbonus, den man durch die Festung bekommt, natürlich noch obendrauf. Aber geht auf jeden Fall deutlich nach unten. Genauso wie das ein Taxi benutzen, was ebenfalls 1.057 Punkte gab, gibt es jetzt auch nur noch 5.500. Dann haben wir zum Beispiel dieses Starfighter Eternal, also wo wir mit einem bestimmten Schiff eben die Eternal Quest erreicht haben. Das heißt, einmal das Grunderoberungsziel abgeschlossen haben und dann das weitere Eroberungsziel sozusagen machen. Gibt jetzt mehr, 2.200 statt 600, das ist natürlich eine ganz schöne Sache. Ebenfalls, das sind die Kapitel jetzt mehr wert, nämlich knapp 5.000 statt 3.000. Auch eine Meisteroperation, also der höchste Schwierigkeitsgrad, ist wieder mehr wert. Das ist aber auch eine selbstverständliche Sache. 13.100 statt 7.500. Die Weekly-Mission auf EO-Karte gibt auch mehr Punkte statt 4.022.2. Ist logisch, das ist eine Weekly, die kann man auch nur an zwei Tagen machen. Die kannst du an einem Tag praktisch nicht machen, wenn du nicht alle Quests hast. Dementsprechend kann die ruhig ein bisschen mehr geben, weil da ist eben ein bisschen mehr Aufwand hinter. Und das ist sozusagen hier oben auch der Grundsatz, den sie hier schreiben. Sie haben eben einen Blick geworfen auf die Objectives, auf die Eroberungsziele und haben gesagt, okay, wir gleichen die Punkte so ein bisschen aus und werfen oder beachten dabei im Endeffekt die Zeit, die man braucht, das Ganze abzuschließen, die Komplexität und auch die Wiederholbarkeit sozusagen. Und da haben sie auf jeden Fall hier dann eine Sache da, weil für die EO-Karte-Weekly brauchst du eben zwei Tage. Das kannst du nicht an einem Tag machen grundsätzlich. Dann ist es auch, du musst zehn verschiedene Quests machen. Da gibt es aber insgesamt irgendwie zwölf oder vierzehn Quests, die du theoretisch haben könntest. Da sind auch schwerere Quests bei. Dementsprechend kann die ruhig ein bisschen mehr geben. Warum die mehr gibt als eine Master-Mode-Operation, kann man jetzt immer noch kritisch in Frage stellen. Natürlich, durchaus verständlich, eigentlich könnte das auch andersrum sein. Ich glaube, die anderen Weeklys von den Daily-Gebieten geben 10.000 Punkte plus halt den Bonus. Aber 22.2 ist da vielleicht auch ein bisschen viel. Hätte man einfach vielleicht auch auf 10.000 setzen sollen und die Master-Mode-Operation hoch auf 20.000 oder sowas, weil Master-Mode-Operation ist immer noch was anderes als ein Weekly, also ein Daily-Gebiet, als wöchentliche Quests da abzuschließen. Und Team-Ranked, also die im PvP sozusagen, wenn man sich da als Gruppe gelistet hat und dann auch die gewerteten Spiele nimmt, Total Domination, das ist glaube ich auch die Weekly dafür, gibt 100.000 Punkte und statt 13.500. Da haben sie aber mal komplett übertrieben. Aber gut, gibt Punkte. PvP soll gestärkt werden, was Eroberung angeht. Das ist auch eine vollkommen legitime Sache. Dementsprechend wird das hier auch nochmal massiv angehoben. Ja, das sind wie gesagt so ein paar Änderungen, die mit 614 an den Punkten hier gemacht werden. Ich kann mir mal gut vorstellen, dass da vielleicht noch ein paar mehr dazukommen. Ähm, denn mir würde zum Beispiel auch einfallen, dass einmal eine, oder 5 Dekorationen setzen im Stronghold, muss jetzt auch nicht unbedingt 5000 Punkte geben, da könnte man auch ein bisschen runtergehen. Ähm, solche Sachen, ne? Oder einmal ein Amplifier neu rollen, das kann man im Endeffekt auch einmal, äh, bisschen billiger machen, was die Eroberungspunkte angeht, aber gut. Ich denke mal, da kommen vielleicht noch ein paar Sachen hinzu. Müssen wir mal schauen. Dann haben wir hier Objective Level Bracket Updates, das heißt, wir haben ja immer noch diese, ähm, diese Abschnitte sozusagen zwischen den verschiedenen Leveln, die wir, ähm, haben und wo wir dann sozusagen verschiedene Ziele mit drin haben, ne? Also zum Beispiel, ähm, dieses Advancement Legacy ist jetzt im 10 bis 49 Abschnitt. Das heißt, zwischen Level 10 und 49 haben wir eben die Möglichkeit, einmal mit einem Level Up unseres Vermächtnisses Punkte zu machen. Ähm, zusätzlich zu dem, wie es bis jetzt auch schon war, nämlich 50 bis 70 und 71 Plus. Und, äh, das ist, denke ich, mal eine ganz klare Sache, weil beim Leveln ist es logisch, dass für den einen oder anderen, der noch nicht das Vermächtnis auf 50 hat, dort eben die Punkte auch noch mitnehmen kann und dann natürlich auch dafür belohnt werden soll. Außerdem auch die Weltenbosse Coruscantrum und Kars bis Corellia sind jetzt in der 10 bis 49 mit drin. Zusätzlich zu den oberen beiden und auch das, äh, Credits for Junk, also das einmal das Schrottverkaufen, ist ebenfalls im unteren Teil jetzt mit drin. Und ich denke mal, ähm, das sind ein paar Sachen, äh, Subject to Change, äh, da kommen also eventuell noch ein paar Sachen hinzu und, äh, das denke ich mal, ist auch eine gute Sache. Ja, New Coquest Objectives, das heißt, es wird auch neue Sachen geben und, äh, dementsprechend, äh, werden dort auch neue Ziele mit eingeführt, sozusagen, um natürlich da auch immer wieder ein bisschen Abwechslung mit reinzubringen. Und da werden sie jetzt hier, oder das ist sozusagen jetzt erstmal das Ziel, dass wenn man hier Fallen Empire bzw. Eternal Throne spielt, dass man dort eben noch zusätzlich zu dem, du hast ein Kapitel abgeschlossen, noch weitere Ziele mit einfügt, wie zum Beispiel, äh, Defeating Sky Troopers, also die, die Sprungtruppen besiegen oder eben hier auch Heroic Planetary Missions weiterhin, die Uprisings sollen weiter vertreten sein und auch die Sternenfestung. Da muss ich sagen, das ist natürlich auch eine wunderbare Sache, dass man einfach da für die Eroberung die Bandbreite erhöht, dass da wirklich alle Spieler weiterhin was von haben. Events in Conquest, ähm, während der Events haben wir natürlich, äh, immer besondere Sachen, die auch mit in das Conquest mit einbezogen werden sollen. Ja, zum Beispiel hier jetzt für Relics of Gree haben sie das hier als Beispiel gemacht. Da soll es zum Beispiel geben, dass wir einmal die Critical Missions, äh, abschließen. Das ist jetzt auch unendlich oft wiederholbar. Gibt allerdings nur 1650. Vorher war es eine Daily, also einmal täglich konnte man das machen und gab 4000 Punkte. Gut, damit können wir also am Ende des Tages mehr Punkte machen und wenn man das Event eben spielt, kriegt man natürlich auch die Punkte. Dann zwei Weltenbosse hier, Sogaka und Gravaka, äh, geben jetzt mehr Punkte. 1800 mehr jeweils, das ist eine schöne Sache. Dann The Gray Seekant gibt jetzt 10.000 Punkte, auch eine wunderbare Sache. Und Pinnacle, also für jede weitere, äh, Version, die wir sozusagen von der Grauen Seekante spielen, kriegen wir immer noch 2700 Punkte. Auch eine sehr schöne Sache, dass das einfach ein bisschen gestärkt wird, dass da im Event einfach, das Event sozusagen auch im, in Eroberung mit verankert wird oder mit fester noch verankert wird. Das war ja, äh, zwar vor den großen, letzten großen Änderungen auch schon so, aber, äh, dass es hier nochmal gestärkt wird, ist natürlich eine schöne Sache. Und es gibt auch eine neue Sache, da sollen wir hier zum Beispiel Druiden töten und, äh, die Defeat Droids 2 ist entsprechend, äh, unendlich oft machbar. Das eine ist eine Weekly und das zweite ist unendlich oft machbar, gibt dann aber auch nur noch ein Fünftel der Punkte ungefähr. Ja, also im Großen und Ganzen, ähm, ein paar sehr schöne Änderungen, dass hier die Events eben entsprechend in den Eroberungen auch mit verankert werden und das wird natürlich für die anderen Events, also fürs Rakule-Event, denke ich mal, kann man das ähnlich aufbauen, dass da der, der Boss zum Beispiel mehr Punkte gibt oder dass man da auch eben dann weiterhin diese Sachen hat mit, äh, Töterrakule und Töterinfizierte und, ähm, so weiter. Und dass man auch die Weekly da hat mit verankert zum Beispiel. Ich denke mal, das kann man bei den anderen Events auch wunderbar machen. Ja, und dann gibt's hier im Endeffekt für die neueren Spieler noch eine sehr schöne Sache, Introduction into Conquest und, ähm, da wollen sie es sozusagen sehr leicht gestalten oder sie wollen es sozusagen den neueren Spielern, die das System vielleicht noch nicht kennen, das Ganze so mehr oder weniger ins Gesicht werfen. Ja, das heißt, sobald man Level 10 wird, soll man eben entsprechend eine Introduction to Conquest-Mission bekommen. Das heißt, man bekommt sozusagen eine Quest, wo dahin steht, pass auf, es gibt dieses Eroberungsevent, schau dir das mal an. So, und da kriegst du dann die Aufgabe, dir mal die Missionen anzuschauen, dass du dann die Mission auch, ähm, die bekommst du sozusagen automatisch und dass du dir dann eben entsprechend die Missionen mal anschaust und die Belohnung mal anschaust und dann das, äh, Eroberungssystem mal austesten kannst und dir das sozusagen wirklich ins Gesicht geworfen wird, dass du es nicht erst irgendwo suchen musst, weil jemand, der es nicht kennt, wird da vielleicht auch gar nicht darauf stoßen im ersten Sinne. Dementsprechend da, das den Leuten näher zu bringen, ist, denke ich mal, eine ganz gute Sache und damit vergisst man es dann auch nicht, wenn man zum Beispiel mal einen neuen Charakter levelt. Und, ähm, man kann diese Quest sich trotzdem nachholen, auch wenn man schon Level 10 war, also wenn man schon, weiß ich, 15 ist zum Beispiel und man ist auf der Flotte gerade, dann kann man dort entsprechend am Missionsterminal das Ganze auch sich nochmal abholen und sich natürlich auch die Belohnung dafür einstreichen. Und, eine wunderbare Sache, was, äh, denke ich mal, auch, äh, basierend auf Feedback passiert. Finally, we have made an adjustment and lowered the duration of the UI pop-up for Conquest Objectives. Ihr kennt das ja, mit den letzten großen Änderungen wurde so ein, äh, kleines Pop-up da oben am oberen Bildschirmrand eingefügt. Es gibt immer, wenn du ein Conquest-Ziel abschließt, ein Eroberungsziel, dann steht dort oben, ja, Ziel XY abgeschlossen, du kriegst 3000 Punkte und dann ist da dein Fortschrittsbalken, wo dann steht, du hast so 60% schon geschafft. Und dann kannst du da draufklicken und dann öffnet sich das Eroberungsfenster. Und das Ding ist ja gefühlt 20 Minuten da, ehe sich das wieder verschwindet. Und jetzt haben sie gesagt, okay, pass auf, das machen wir kürzer, das leuchtet nur kurz auf, ist dann gleich wieder weg. Wunderbare Sache, weil das blockiert dir halt den ganzen Bildschirm und du kannst es nicht wegklicken, da ist kein X dran. Und du kannst es auch nicht komplett ausschalten, weil es ist kein Item des, kein Gegenstand des Interface-Editors. Sehr schwierig. Aber das zu verkürzen, dass es nicht mehr so lange da oben ist, äh, ist eine sehr gute Sache. Und, äh, das sind im Endeffekt jetzt auch schon die Änderungen, die wir hier für das Erholungsevent erwarten können. Wie gesagt, alles noch Subject to Change, kann sich also auch noch ein bisschen, also nehmt die, nehmt die Zahlen jetzt nicht ganz so ernst, ähm, kann sich auch noch ein bisschen verdrehen. Das kommt natürlich so ein bisschen aufs Feedback an und hier unten stand es ja auch schon, ähm, die Änderungen werden auf dem PTS dann eben entsprechend auch erscheinen, sodass wir das dann auch dort nochmal testen können. Und ich denke mal, da werden wir auch nochmal ein Video vom PTS machen und uns das Ganze dort mal in Ruhe anschauen. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, äh, ganz Änderungen sind im Großen und Ganzen eigentlich in Ordnung. Dass die Punktanpassungen kommen, ist eine gute Sache. Ähm, ob die Punkte dann tatsächlich so sind, ist, na, werden wir sehen. Aber, dass wir sozusagen ein paar Anpassungen haben, dass es mal ein bisschen ausgeglichen wird und nicht diese ganz simplen Sachen viele Punkte geben und die ganz schweren Sachen keine Punkte, das wäre schon eine ganz schöne Sache, wenn wir da mal in die richtige Richtung gehen. Und das sieht ja hier schon mal danach aus. Auch, dass wir mehrere Sachen noch zusätzlich in den unteren Level-Bereichen mit verfügbar haben, ist eine sehr schöne Sache. Neue Objectives, neue Eroberungsziele sind sowieso schön, dass das Ganze in die Events integriert wird oder andersrum, die Events im Eroberungssystem integriert werden, ist eine wunderbare Sache. Und, äh, dass neue Spieler dort entsprechend auch, äh, ja, entspannt eingeführt werden in dieses ganze System, das ist, äh, auch sehr gut. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, das sind schon mal sehr schöne Änderungen. Gut, schauen wir einmal weiter. Wir haben nämlich noch ein weiteres Thema, über das wir reden wollen. Und dabei geht es um das Bewachen. So, Bewachen ist eine Fähigkeit, die alle Klassen haben, die theoretisch Tank spielen können. Das sind namentlich der Power Attack, der Juggernaut und der Attentäter, beziehungsweise die republikanischen Pendants der Frontkämpfer, der Hüter und der Schatten. Das Bewachen ist eine Fähigkeit, was, ähm, dem bewachten Spieler eine kleine Schadensreduktion gibt und, äh, auch eine Bedrohungsreduktion. Das heißt, der Spieler nimmt weniger Schaden und produziert weniger Bedrohung, im Großen und Ganzen. Außerdem, äh, das gilt allerdings nicht fürs PvE, das ist hauptsächlich im PvP, ähm, wenn man innerhalb von 15 Metern zum bewachten Spieler ist, dann bekommt man 50% des Schadens selbst, den normalerweise der bewachte Spieler kriegen würde. Das ist eine Sache, die im PvP sehr gut ankommt und sehr viel genutzt wird, logischerweise, weil man eben damit zum Beispiel mal einen Heiler oder auch irgendjemand anderen, der gerade gefokust wird, ein bisschen retten kann, mehr oder weniger, und es damit den Heilern auch einfacher machen kann, das Ganze, ähm, zu, ja, gegenzuheilen. Und die Sache ist jetzt, dass Bioware sagt, okay, die Tanks dürfen das natürlich machen und die Spieler sagen, ja, cool, die DDs dürfen's auch und damit hast du eben als DD die Möglichkeit, massiv Schaden zu machen und gleichzeitig eben massiv die Leute zu beschützen. Und gerade als Juggernaut ist das ziemlich heftig, weil du hast auch in der DDs gelungen, natürlich einiges an Verteidigungsmöglichkeiten, einige Verteidigungsfähigkeiten, mit denen du eben lange überleben kannst, womit du dich selbst heilen kannst, und damit ist es kein Problem, dass du eben die Spieler mit bewachst. Und Bioware sagt, nein, das wollen wir nicht, und es gibt jetzt eine neue Änderung, und die gilt für alle Disziplinen, die, äh, also für alle DD-Disziplinen, und die sieht wie folgt aus, du machst 50% weniger Schaden, während du jemanden bewachst. Ja, wie gesagt, der Hauptfokus davon ist das PvP. Das heißt, im PvP möchte Bioware nicht, dass die DDs, oder gerade eben, also die drei DDs eigentlich, Power Attack, Juggernaut, Attentäter, als DD ausgerichtet, so viel bewachen, und dementsprechend, ähm, sagen sie, pass auf, wenn du das machst, dann machst du 50% weniger Schaden. Ja, dann spielst du Tank, weil ein Tank macht auch weniger Schaden. Ähm, das ist jetzt natürlich so eine Sache, ich denke mal, der eine oder andere, äh, wird dann wieder seinen Scank-Tank ausgraben, das heißt, der wird dann wieder auf Tank skillen, DD-Gear anziehen, äh, und dann wieder Leute bewachen und trotzdem DPS machen ohne Ende. Ähm, ich denke mal, das wird sich dadurch wieder ein bisschen erhöhen. Im PvE ist das natürlich auch ein kleiner Nerf, der eigentlich nicht wirklich notwendig gewesen wäre. Ja, das Feedback sah auch so aus, dass man, dass viele gefragt haben, ey, kann man das nicht wirklich nur aufs PvP beziehen, indem man das instanziert eben einschaltet. Dass man sagt, nur in PvP-Instanzen ist das so, dass du dann diese Penalty hast, also diese Strafe hast, du machst 50% weniger Schaden. Weil in Operationen, ja, wenn man da beispielsweise zwei Power-Tag-DDs mit bei hat, dann können die zusätzlich eben noch andere Spieler mit bewachen und damit auch nochmal eben einen, ähm, ja, einen kleinen Vorteil für die Gruppe sozusagen beschaffen und das den Heilern ein bisschen einfacher machen, äh, wenn auch nur ein bisschen. Ja, außerdem im PvE gibt's ja nicht diese 50% Umleitung sozusagen, dass du 50% Schaden bekommst von dem, den du bewachst. Das passiert im PvE ja nicht, sondern du hast nur diese 5% Schadensreduktion und diese 25% weniger Bedrohung. Das sind, äh, zwei Sachen, die man sehr gut nutzen kann im, in PvE, also in Operationen oder in Flashpoint zum Beispiel. Und, äh, das ist dann schon, ne, auf der vielleicht, ähm, also, schwierig, ne, da wird halt keiner der DDs mehr bewachen und dann müssten das die Tanks am Ende alleine machen, weil als DD bekommst du dann eben entsprechend die Strafe mit 50% weniger Schaden und das ist in der Operation natürlich, äh, gerade in den höheren Schwierigkeitsgraden dann nicht mehr zielführend. Ja, gerade weil du halt auch als, äh, DD, der jemanden bewachst, der nix davon hast, mehr oder weniger, ähm, du selbst profitierst ja davon nicht. Im PvE profitierst du davon, weil du kriegst eben Punkte fürs Bewachen, ähm, und, äh, dein Team gewinnt dann vielleicht mehr. Aber, ähm, das ist dann auch schon wieder eine Teamsache, und, äh, das Bewachen gibt dir halt hauptsächlich selbst was, weil du eben mehr Punkte kriegst und damit vielleicht mehr Belohnung. Und, ähm, das ist natürlich so eine Sache, äh, dass das, äh, im PvE natürlich nicht zutrifft, weil du kriegst ja keine Belohnung dafür, dass du jemanden bewacht hast. Deswegen, schwieriges Thema, wollen wir mal schauen, was dabei rauskommt. Ich denke mal, das wird auch auf dem PTS nochmal kommen, steht hier oben auch nochmal. Und, äh, inwiefern das dann umgesetzt wird, werden wir entsprechend sehen. Gut, gehen wir mal über zum nächsten Thema. Da wollen wir nochmal ganz kurz über die Toxizität sprechen, die es im PvP gab, äh, beziehungsweise die es immer wieder mal gibt. Und, ähm, ja, da geht es im Endeffekt darum, dass wir, ähm, oder dass das, das bisschen mehr angegangen werden soll gegenüber Spielern, die entsprechend ein, äh, ein sehr toxisches Spielverhalten haben, beziehungsweise dann eben auch schnell mal innerhalb des Chats, eben, äh, auf Beleidigungen zu greifen, etc. Ja, und da gehören im Endeffekt Sachen dazu, die, äh, zum einen sozusagen das Matchmaking ein bisschen anpassen, dass eben Leute, die, äh, hier, äh, ja, Spiele sozusagen, die aufgehen, ablehnen oder mehrfach ablehnen, dass die entsprechend bestraft werden. Und, ähm, dann eine Sache, wo man, äh, sicher drüber diskutieren kann, wobei da einige im PvP sicherlich, äh, tiefer drin stecken als ich. In 614 soll dieses Vote Kick, also dieses abgestimmte Rausschmeißen, ähm, von Spielern aus dem Rank PvP entfernt werden, weil, äh, BioWare festgestellt hat, über die Jahre ist das von einem, äh, sehr sinnvollen System, um eben toxische oder, äh, Spieler, die sich einfach nicht benehmen können oder ähnliches, rauszuschmeißen oder Leute, die AFK gehen mit einem Spiel, rauszuschmeißen. Es hat sich gewandelt zu einem System, was genutzt wird, um zu treuen zum Beispiel, ne, also um Leute einfach rauszuschmeißen, die sich aber, die einfach nur PvP spielen wollen. Und, äh, das sind, das soll entfernt werden, dieses System, denn, äh, sie haben festgestellt, dass sie mittlerweile über andere Methoden, äh, und Datalogging haben sie festgestellt, können sie solche Sachen wie zum Beispiel, äh, AFK-Spieler oder sowas können sie mittlerweile auch detektieren. Das heißt, da haben sie eben entsprechend, ähm, andere Methoden, um solche Spieler eben aus dem Spiel rauszuholen, ohne dass es diesen Vote Kick, also dieses abgestimmte Rausschmeißen, äh, sozusagen geben muss. Außerdem wird es, äh, für mit 614 ein, äh, eine Ausrüstungsgrenze geben, die man erreichen muss. Das heißt, du musst ein Item-Level von 306 haben und einen Tapferkeitsrang von 25, um für Solo-Rank PvP entsprechend die Listen zu können. Bis jetzt war es so, dass es ein Bolstersystem gab, was dich auf 306 geboostet hat, also dich verbessert hat. Wenn du nur 260 hattest, dann wurdest du eben hochgedrückt. Das Ganze wird es jetzt nicht mehr geben, sobald lange du kein 306 hast und kein Rang 25, wirst du dort nicht reinkommen. Das Problem ist natürlich, dass du mit, äh, dieser Beschränkung mit Item-Level 306 und dem Tapferkeitsrang 25 natürlich gewisse Grenzen setzt und damit eventuell die Spielerschaft, die gerne, die Interesse hat für Solo-Rank PvP, zum Teil eben abschneidest, weil die die Bedingungen halt nicht erfüllen. Das heißt, die Spielerschaft, die sich sozusagen qualifiziert, um an diesen Spielen Solo-Rank PvP teilzunehmen, wird kleiner und damit kann es natürlich auch passieren, dass es entsprechend weniger Spiele geben wird. Na, das ist also immer so eine Sache, das muss man irgendwie ausbalancieren, zwischen wir würden gerne viele Spiele haben, wir wollen aber auch qualifizierte Spieler. Und, ähm, da muss man eben entsprechend das immer so ein bisschen in Balance halten. Müssen wir mal schauen, wie das hier entsprechend, äh, funktioniert. Dann wird es ebenfalls, um einfach Leute loszuwerden, um Abstand von solchen Leuten zu bekommen, ein Legacy-Ignore geben mit 614. Das heißt, zuhört sich zu der Möglichkeit, einen einzelnen Spielercharakter zu ignorieren, können wir jetzt das gesamte Vermächtnis dieses Spielers, ähm, ignorieren, so dass er uns auf keinem seiner Charaktere, ob ganz neu oder ganz alt, äh, anschreiben kann und nerven kann, denn wir haben ihn einfach auf einer Ignore-Liste. Das einzige Problem, was ich jetzt noch sehe, oder was sozusagen der letzte Schritt wäre, was so seit Jahren gefordert wird, ist, dass man das auf allen Charakteren gleich hat. Ja, dass man einfach für sich selbst auch ein Legacy-Ignore hat. Das heißt, wenn ich jetzt Spieler XY ignoriere, auf Charakter A, dann ist das auf Charakter B bitte auch auf der Ignore-Liste. Und nicht nur auf Charakter A, sonst muss ich für jeden meiner Charaktere durchloggen, und dort entsprechend jedes Mal wieder diesen einen Spieler, oder dieses eine Legacy von, dieses eine Vermächtnis von einem Spieler, ignorieren. Das könnte man auch mal vereinheitlichen, dass man wirklich ein Vermächtnisweite Ignore-Liste hat, und das würde auch nochmal einiges erleichtern, aber das wird seit Jahren gefordert, kommt aber nicht. Bisschen schwierig. Das sind also ein paar Änderungen. Ihr findet die Links unten nochmal in der Videobeschreibung, da könnt ihr euch das Ganze nochmal durchlesen. Ich bin, wie gesagt, im PvP jetzt nicht so tief drin, der eine oder andere vielleicht mehr, also wenn es euch da interessiert, schaut mal in die Videobeschreibung, dort findet ihr den Link hierzu, da könnt ihr euch das Ganze in Ruhe nochmal durchlesen. Gut, und dann kommen wir zu einem Thema, was dann vielleicht den einen oder anderen mehr noch interessieren wird. Es geht um Aufwertungen. Es wird neue Aufwertungen geben mit 614, und für diese neuen Aufwertungen brauchen wir entsprechend ein neues, ja, ein paar neue Materialien, und die bekommt man natürlich nur aus den höchsten und den schwierigsten Schwierigkeitsgraden der verschiedenen Bereiche. Das heißt, sowohl im PvP als auch im PvE bekommen wir Materialien, unterschiedliche, und wir brauchen beide, um die neuen Aufwertungen zu bauen. So, das klingt jetzt natürlich erstmal sehr anspruchsvoll, und das ist es auch. Das heißt, wir werden jetzt mal ganz kurz drüber fliegen. Wir werden beide Materialien aus PvE und PvP benötigen. Die Materialien aus dem PvE sind nur in Meister-Modus-Operationen verfügbar, und die Sachen aus dem PvP nur im Ranked, also nur im gewerteten Spiel. Wie kommen wir da jetzt ran? Also, die neuen Aufwertungen werden Level 300 sein, ja, aktuell sind sie 200... also, das sind die 74er, ne? Das heißt, es sind irgendwie 286 oder so was. Bin ich mir nicht genau sicher, aber auf jeden Fall die normalen lilanen, jetzt kommen auf jeden Fall die goldenen, das sind Superior, Augment 77, und das sind im Endeffekt die Höchsten, die es dann geben wird wieder. Und das Crafting wird dort aufgesplittet zwischen Armor, Synth-Waving und Armstack, wie auch aktuell. Das heißt, jeder der drei Berufe wird eben entsprechend eine Aufwertung davon bauen können. Es wird wieder verschiedene geben, das heißt, es wird welche mit Mastery geben, welche mit Ausdauer geben, und, ne, mit Angriffskraft und solche Sachen. Man kennt's. So. Was brauchen wir jetzt? In Detail. Also, in den Meister-Modus-Operationen, da werden Bosse ein neues Material droppen, das nennt sich OEM 37. So. Die meisten Bosse im Achter droppen einen, beziehungsweise im 16er zwei. Die meisten. Das heißt, es gibt einige Bosse, da droppt's nicht. Also, die ganz leichten, da droppt's nicht. Also, wer Nefra Nightmare farmen möchte, könnte wahrscheinlich vergessen. Weil, ich kann mir gut vorstellen, dass sie sagen, mh, ne, das ist zu einfach, das machen wir mal nicht. Final Bosses drop three in Eight Person, also die Endbosse geben drei Stück im Achter und sechs im 16er. Dafür musst du natürlich einen Endboss töten im Nightmare, beziehungsweise im Meister-Modus. Das ist natürlich dann für die ein oder andere Operation anspruchsvoll, für die ein oder andere ein bisschen weniger anspruchsvoll. In Dxun werden die Bosse grundlegend zwei droppen für den Achter und vier im 16er. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Und Apex Vanguard, der Endboss, gibt sechs im Achter und zwölf im 16er. Das heißt, Dxun ist hier deutlich stärker aufgestellt. Logischerweise ist ja auch die aktuelle Operation. Das ist auch so ein bisschen hier oben die, ja, die Begründung sozusagen. Sie haben gesehen, okay, ne, die wirklich, die Top End Progress Gilden, die haben mittlerweile Dxun Clear und auch den Time Drone und sowas. Und die Gilden, die immer noch dabei sind, die wollen sie jetzt eben entsprechend ein bisschen unterstützen, um den nächsten, den nächsten Boss im Endeffekt dann auch nochmal zu klären. Und diese Aufwertungen sollen dabei eben entsprechend helfen. Natürlich muss man dafür auch sich ein bisschen was organisieren. Denn neben den Meistermodus-Operationen müssen wir auch im Ranked PvP Missionen und Boxen bekommen. Und da bekommen wir RPM 13. Und RPM 13 hat 50% Chance in einer Group Ranked Box, in einer Weekly Group Ranked Box. Das heißt, für die wöchentliche Quest kriegen wir eine Box. Und dort sind zu 50% welche drin. Und wir bekommen für die normale Weekly Quest für die Gruppenspiele auch 5 und für die Daily einen. Und da haben wir hier nochmal eine 10% Chance. Das heißt, Gruppen-PVP wird hier belohnt en masse. Und das sieht man auch an den Prozentzahlen. Also zum Beispiel hier bloß noch eine Viertel Chance, wenn man die Solo Weekly macht oder eine 5% Chance für die Solo Daily. Und da kriegt man nichts fix, sondern nur mit einer Chance aus der Kiste. 5% ist by the way richtig wenig. Das heißt, aus 20 Kisten, aus 20 Daily-Kisten kriegst du ein im Schnitt. Äh, ja, schwierig. Dann haben wir einen Zwischengegenstand, den wir bauen müssen. Cyber-Tags müssen nämlich einmal das CM1337 craften. Und dafür brauchst du eben zusätzlich zu Armomex, Synth-Waving und Armstack die Cyber-Tags. Und die müssen dieses Zwischengerät basteln und dieses Zwischengerät, CM1337, da brauchst du 15 OEMs für. Also 15 von den Meister-Modus-Operationen-Sachen und 25 RPMs aus dem PvP und 5 legendäre Glut. Das ist schon mal ziemlich kräftig. Und einen von diesen CM1337 brauchen wir dann, um eben entsprechend die eines der 300er Augments zu bauen. Und dazu brauchen wir noch ein paar andere Sachen hier. Also die Artefakt-Sachen, die braucht man aktuell ja auch. Resource-Matrix, die kriegst du aus dem Erobungsevent. Processed ISO, kriegst du aus Operationen. Das ist nicht das Ding. Aber das CM1337, das ist natürlich, ja, das brauchst du natürlich erst mal. Das kann auch gekauft, hier das Schematic, dafür kaufst du einfach beim normalen Händler. 15.000 kostet das, ist nicht viel, aber du brauchst die Materialien dafür. Ja, wenn man jetzt mal durchgeht, im Großen und Ganzen, wir haben das Ganze auf dem PTS, da können wir das entsprechend ausprobieren, wenn der PTS dann demnächst da ist. Wenn man das jetzt mal grob überschlägt, ja, wir gehen mal so eine Operation an und sagen, okay, wir wollen, wir laufen im Achter und da geben die meisten Bosse einen und der finale Boss drei. Ja, gehen wir mal von aus, dass innerhalb einer Operation mit sechs Bossen zum Beispiel, ein Duxun, wir machen das, oder auch Gorts mit fünf Bossen oder sowas, da gibt es, meinetwegen gibt es dort bei den ersten vier Bossen jeweils einen, da haben wir vier Stück und dann nochmal drei am Endboss. Das heißt, am Ende haben sieben Leute einen von diesen OM 37 bekommen nach einer kompletten Operation, wenn alles gut läuft. Sieben Stück. Mit sieben kannst du noch nicht einen, also hast du hier noch nicht mal genug, das heißt, du müsstest, jetzt haben sieben Leute aber nur einen. Wenn man sich überlegt, man kriegt also im Schnitt pro Operation einen und du willst dir 14 Augments bauen, also 14 Aufwertungen, dann kann man das ja relativ simpel durchrechnen, denn 14 Stück brauche ich und ich muss 15 von den OEMs haben, das heißt, ich will 14 mal 15, das sind also 210 von diesen wunderbaren OEM 37 brauche ich und wenn ich, sagen wir mal, pro Schnitt, pro Operation, ja nur in sieben, also praktisch aus einer Operation vielleicht auch mal keinen rauskriege, dann muss ich eben deutlich mehr als 210 Operationen machen. Es sei denn, ich gehe halt in 16er, da gibt es ein bisschen mehr, dann geht das Ganze runter, ja aber das wird nicht möglich sein, das Ganze innerhalb von irgendwie weiß ich, zwei Wochen sich zusammenzufarmen, gerade weil ja auch noch PvP ummaß gemacht werden muss, da braucht man noch 25 Stück von, also eh da das komplette Set einmal voll ist, das dauert eine Weile. Natürlich wird es auch im PvP dann wieder Motivationen geben, das Ganze über, ja über das Mint Trading zu machen, was dann hoffentlich auch bestraft wird, logischerweise, mal schauen, ob das tatsächlich dann funktioniert. Ja, wir haben mal grob durchgerechnet, um eine ganze Operationsgruppe damit auszurüsten, mit im Schnitt vier Raids pro Woche, da bist du auf jeden Fall ein Jahr lang mit beschäftigt. Also, das schaffst du gar nicht, ne, gerade weil das PvP ja auch noch mit dazu kommt und das ist eine ganze Menge, deswegen, das ist eine Sache, ich kann mir gut vorstellen, dass sie hier an den Zahlen nochmal so ein bisschen was drehen werden, gerade hier unten, also das hier, die beiden, das ist schon kräftig. Vielleicht wird hier auch nochmal ein bisschen was dran gedreht, aber ich kann mir vorstellen, wenn es einer schafft, ja, so ein Augment hier, so ein 300 Superior Augment 67 zu bauen, ne, und das im Handelsnetz verkauft, dann geht das locker für einen hohen neunstelligen Betrag weg. Also mindestens mal für 250, ich würde aber eher sagen für 500 Millionen und drüber. auch die Einzelteile werden hier schon, also hier diese OEMs und die RPMs, wenn man die tatsächlich verkaufen kann, wenn sie nicht Bind und Pickup sind oder so ein Mist, ähm, was ich eigentlich nicht vermute, also diese werden schon, ähm, die sind, äh, unbound, also die kannst du immer wieder verkaufen wie normale Crewfähigkeitsmaterialien halt immer. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, äh, dass die Einzelteile da schon für, also ein Einzelner von denen hier entsprechend schon für, für einen, weiß ich, achtstelligen Millionen, also, achtstelligen Millionen Betrag ist ein bisschen viel vielleicht, aber ein achtstelligen Credit Betrag, also, irgendwann zehn Millionen aufwärts weg geht, weil das ist, äh, ja, es ist anspruchsvoll, diese Aufwertung zu craften und, äh, ich muss ehrlich sein, nachdem ich das hier das erste Mal durchgelesen habe, habe ich mir gesagt, okay, wir analysieren mal ganz kurz, ob sich das lohnt, auf diese Aufwertung zu gehen, ja, das habe ich, dann habe ich so ungefähr drei Sekunden drüber nachgedacht und habe gesagt, nein, lohnt sich nicht, weil, der Bonus, den du bekommst, sind irgendwie plus 27 und das war's, ne, so kriegst du also pro Wert sozusagen Ausdauer 27 mehr, Beherrschung 27 mehr und dann irgendwie noch ein bisschen Crit mehr, äh, ich kann euch das gerade mal aufmachen und nochmal zeigen, das wird also diese Aufwertung hier sein, 171 Ausdauer, 171 Angriffskraft und 130 Beherrschung, ja, aktuell die höchsten Aufwertungen haben 144, 144 und 108, ja, so könnt ihr sehen, äh, das sind, äh, nicht wirklich viele mehr, also 27, 27 und, äh, 22 müssten das sein, ne, ja, schön, deswegen die Masse an Aufwertung einfach, ich glaube, äh, das lohnt sich nicht wirklich, wenn man so ein Ding zufällig in die Hände bekommt, natürlich, und wenn man dann mal genug Sachen hat, dann kann man sich auch mal so ein Ding craften, aber da würde ich es, glaube ich, eher verkaufen, weil da kriegst du mehr von, da hast du mehr von, als wenn du hier mal 20 Stats mehr kriegst, weil in Summe, ne, wenn wir sagen, wir sagen mal, wenn wir hier tatsächlich die plus 27 Angriffskraft kriegen, und, äh, dann sind wir eben entsprechend, wenn man das mal auf die 14 Augments hochrechnet, äh, dann sind wir da bei 370 Angriffskraft mehr, okay, 370 mehr Angriffskraft, das ist eine schöne Sache, äh, kannst du vielleicht auch ein bisschen umbauen, dass du noch ein bisschen mehr Crit oder sowas mit bei hast, aber im Großen und Ganzen, lassen wir es einfach sein und gut ist. Ja, wie gesagt, wenn es einem in die Hände fällt, eine schöne Sache, ansonsten, weg damit. Ja, damit haben wir im Endeffekt das mal, soweit durchgesprochen, ich sehe schon gerade auf meinem Aufnahmeprogramm, das wird eine etwas längere Folge diese Woche, aber, wir haben auch viel zu bereden, warum auch nicht, es ist ja ein bisschen was passiert in letzter Zeit, dementsprechend nutzen wir das Ganze auch. Wir wollen nochmal ganz kurz einen kleinen Sneak Peek werfen, auf, ähm, das neue Event, Prosperity Event, Feast of Prosperity nennt sich das Ganze, soll ja nachher auch mit 614 entsprechend kommen und wir werden mal ganz kurz einen Blick werfen auf die Quest, die wir hier so bekommen, da will ich einfach mal nur ganz kurz raufgehen, denn es gibt entsprechend ja in dem neuen Event nicht wirklich viel Sachen, wo wir sagen, äh, tötet 30.000 davon, tötet 30.000 davon, hol hier irgendwas, sondern es ist tatsächlich mehr das, hol hier irgendwas. Es gibt ein paar Quests, wie zum Beispiel hier World Boss, das heißt, wir sollen zum Beispiel Tatooine, ähm, den Kollegen besiegen und da wird unser Auftraggeber, dieser Gaburga, entsprechend einmal uns, äh, beauftragen, doch mal, ähm, ja, von diesem Weltenboss entsprechend etwas zu besorgen und deswegen müssen wir eben entsprechend nach Tatooine gehen und Trapjaw besiegen, um diese Zutat dort zu bekommen. Es ist ja schon im Livestream von den Entwicklern gesagt worden, dass sich das Ganze so ein bisschen um das Thema, ähm, ja, Kochen und, äh, Essen und sowas handeln soll. Dementsprechend geht es eben darum, dass wir hier, äh, verschiedene Ingredienzien zusammensammeln und, äh, das können wir zum Teil hier auch von den Weltenbossen, da sehen wir hier, Besavus, Corellia, Nashadar, Hoth und Tatooine sollen hier dabei sein. Dann haben wir hier unten aber noch andere Quests, wie zum Beispiel, ähm, dass wir hier innerhalb der ganzen Galaxis, also zum Beispiel hier auf Rishi, ist hiermit eine genannt, dass wir hier, ähm, help further the feast interest on the planet, das heißt, wir sollen hier zwei Ex-Piraten treffen und dann sollen wir diese überreden, dass auch dieses Fest der, der Prosperity, äh, im entsprechenden auch auf einer Raiders Cove stattfinden darf. Ja, verschiedene Quests, die wir hier haben, auch ein paar Weekly Quests tatsächlich, das heißt, hier sollen wir zum Beispiel auch require drei World Boss Ingredient Dailies, das heißt, da sollen wir die Weltenbossen nicht für vier für machen, Feast of Prosperity, da sollen wir drei andere Weeklys erledigen, also diese wahrscheinlich hier, ähm, dreimal Cantina Dash, sollen wir hier erledigen, was auch immer dahinter steht, ich hoffe, das kommt dann demnächst mal auf dem PDS, damit wir das entsprechend auch, äh, erledigen können. Dann haben wir hier Kitchen Duty, wir sollen drei, äh, cooking Dailies, also drei, ähm, ja, kochtägliche, tägliche Missionen zum Thema Kochen abschließen, ähm, um hier verschiedene Dishes, also die verschiedenen, ähm, Gerichte für die, für das Fest sozusagen vorzubereiten, und, äh, ja, dann haben wir hier noch drei Ingredient Dailies, also wo wir irgendwelche, äh, Zutaten sammeln sollen in der Galaxis, auch als Weekly nochmal, und, äh, das klingt so ein bisschen wie das Akquise-Rennen damals, wo man eben bestimmte Sachen eben auch besorgen sollte, organisieren sollte, um eben so schnell wie möglich hier irgendwas fertig zu kriegen, und hier geht es halt um Essen, und, äh, das finde ich, klingt erstmal ganz gut, und ich bin gespannt, wie das entsprechend aus, äh, aussieht dann am Ende, das werden wir uns natürlich auf dem PDS angucken, sobald das dort eben entsprechend aufschlägt, ich hoffe, dass das innerhalb der nächsten Zeit so ein bisschen passieren wird, also vielleicht schon diese Woche, würde mich auf jeden Fall freuen, denn, äh, ich habe nächste Woche das Wochenende auch Zeit, da könnte man das Ganze vielleicht sogar mal in einem Livestream ausprobieren, das, ähm, müssen wir dann mal schauen. Gut, ähm, damit haben wir eigentlich jetzt erstmal alles abgearbeitet für diese Woche, das heißt, wir wechseln hier jetzt ins Spiel, und, äh, werden nochmal einen ganz kurzen Blick auf den Kartellmarkt werfen, da hat sich nicht viel getan, wir hatten beim letzten Mal schon einige neue Sachen, und ich war tatsächlich auch mal einkaufen, und habe mir dieses eine Set, äh, gekauft, das haben wir hier auch noch mit drin, das Winter Outlaws Set, ähm, das finde ich nämlich ziemlich cool, gerade in diesem Schwarz, also es ist, sieht jetzt nach Schwarz-Weiß aus, ich drehe mich mal um, damit ich hier im Licht stehe, es sieht zwar nach Schwarz-Weiß aus, aber, das ist Schwarz-Hellgrau, ja, ist deutlich billiger, äh, als Schwarz-Weiß, sieht aber praktisch genauso aus, ja, also der Unterschied ist ja nicht zu erkennen, und, äh, ich finde die Jacke einfach genial, ja, die Schuhe sind auch cool, äh, ich glaube, ich habe andere Handschuhe genommen oder sowas, das weiß ich gar nicht, ne, die Handschuhe sind auch gleich, aber ich habe, glaube ich, eine andere Hose drin oder sowas, da müsste man mal schauen, ähm, ja, Relax Jumpsuit Pants habe ich hier mit drin, und der Gürtel ist auch von Satya Shan, da habe ich, äh, der fand ich diesen, weil der färbte halt nicht mit, dieses Braun, und das passte dann nicht mit rein, alles andere färbt ja, wunderbar, aber der Gürtel passte nicht mit drin, mit, äh, hin, dementsprechend habe ich da was anderes genommen, und auch die Handschuhe habe ich ausgetauscht, tatsächlich, ähm, nur die Armschienen sind auch dieselben, ja, äh, finde ich, wie gesagt, sehr cool, gerade mit diesem Schwarz-Grau, äh, hat mir sehr gut gefallen, und wir haben auch den Stift hier oben dran, wobei der hier, glaube ich, in den Haaren verschwindet, äh, Winter Outlaws Pen, sieht man tatsächlich gar nicht, müsste eigentlich auf der linken Seite sein, ähm, aber sieht man tatsächlich nicht, ach so, weil ich Heid-Head-Slot anhab, war, äh, da ist er, jetzt hat man ihn gesehen, hier unten, da guckt er ein bisschen raus zumindest, aber er verschwindet immer noch hauptsächlich in den Haaren, aber gut, ähm, kann man eigentlich mal anlassen, ja, wie gesagt, das Set hat mir ziemlich gut gefallen, dementsprechend habe ich das direkt mal gekauft, äh, und auch ausgerüstet, das, äh, ist auf jeden Fall ein Set, was ich empfehlen kann, Winter Outlaws, ich weiß gar nicht, war das Gold, ja, das war Gold, wir gucken mal, was das mittlerweile hier drin wert ist, ähm, denn wir haben es ja jetzt mittlerweile auch eine Weile, äh, im Netz, ähm, ja, okay, na, also 100, 200 Millionen, einzeln, na, kriegt man es nicht komplett, ich denke mal, sieht man hier ganz gut, was hier an, wo hier das größte Interesse dran ist, nämlich die Jacke, also, die Handschuhe will keiner, die sind auch irgendwie zu dick geraten, deswegen habe ich die auch rausgeschmissen, ja, also ich fand die irgendwie zu massiv, ähm, das passt irgendwie nicht, das backt hier auch so ein bisschen dann entsprechend in die Beine mit rein, in die Hüfte, äh, ne, äh, da habe ich lieber andere Handschuhe genommen, aber die Jacke, die fehlt natürlich, ne, und die ist wahrscheinlich auch das, was am meisten hier, ähm, von Interesse ist, ja, schauen wir mal rein in den Kartellmarkt, äh, ein Lergo LS4 haben wir jetzt hier gerade am Angebot für 450, äh, der kann noch nicht viel, ist halt ein Lergo, ne, das heißt, er hat diese drei Triebwerke, die sich hier eben entsprechend drehen, ähm, auf denen er schwebt, ja, schön, ich weiß gar nicht, äh, ne, er hat nicht mal die Animation, ob, äh, dass sich die, die Triebwerke irgendwie drehen oder sowas tut er noch nicht, also da drin dreht sich schon, aber die, die rotieren sozusagen nicht, um vorwärts oder rückwärts zu fahren, ne, da passiert nichts bei ihm. Ja, Elite Mandalorian Bundle haben wir natürlich auch mit bei, ähm, es wird auch demnächst mit 614 neue Kartellmarktsachen geben, da gucken wir dann aber nächste Woche mal drauf, das machen wir jetzt diese Woche nicht mehr, ich kann euch aber schon mal verraten, da sind paar ganz interessante Rüstungssets dabei, also Rewan Rüstungsset ist mit am Start und auch ein mandalorianisches Rüstungsset ist mit am Start und, äh, da könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen, äh, das wird, glaube ich, ziemlich cool, äh, die ersten, äh, Arts dafür, also die ersten Sketche, die man so gefunden hat, oder die ersten Modelle sehen schon ziemlich cool aus, gibt auch zwei neue Lichtschwerter, schauen wir dann, wie gesagt, nächste Woche uns ganz in Ruhe mal an. Ja, Gautolada haben wir hier gerade mit 33% reduziert, also wer das noch nicht hat, kann sich das gerne holen, Lab Technician haben wir letzte Woche darüber gesprochen, den Forklift haben wir hier dabei, da haben wir auch drüber gesprochen, und auch das Decoration Bundle, da haben wir drüber gesprochen, das übrigens, da muss ich auch nochmal das Feedback weiterreichen, da haben einige geschrieben, das haben sie sich besorgt, und das ist ziemlich cool, weil da haben, glaube ich, drei oder vier Gegenstände, haben eine Animation, und das ist ziemlich genial, dass es so viele Gegenstände in einem Set gibt, die hier so werkstattmäßig designt sind, und dann auch noch Animationen haben, das ist ziemlich genial, weil das natürlich auch ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Leben in die ganze Sache reinbringt, und das ist schon ziemlich cool, mehr Dekoration mit Animationen bitte, das können wir, glaube ich, alle einheitlich im Chor singen, und das ist cool, dass hier auf jeden Fall mehrere Sachen dabei sind. Ja, gucken wir mal ganz kurz nach, was ist hier neu dazugekommen, nichts weiter ansonsten, und ich denke mal, damit können wir die ganze Sache hier auch beenden, wir haben, glaube ich, genug gesprochen für heute, das soll es damit dann auch gewesen sein, mit dem Katzenberg aktuell für diese Woche, auf den Montag mal, in der letzten Woche kam es ja nicht, und der nächste wird voraussichtlich auf den Sonntag kommen, vielleicht aber dann auch wieder auf den Montag, das werden wir uns dann ganz entspannt entsprechend legen, muss ich schauen, wie ich das auch zeitlich hinkriege. Ja, Freitag kommt natürlich eine Festung, das bleibt dabei, logischerweise, und ich würde sagen, jetzt machen wir das Ganze so, dass ich euch nochmal auf die ganzen Links unten in der Videobeschreibung verweise, dort findet ihr nämlich alles, worüber wir heute gesprochen haben, nochmal verlinkt, ihr könnt euch das Ganze in Ruhe nochmal anschauen, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder, ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen, freue mich jederzeit über Feedback, und verabschiede mich damit, mein Name ist Theodor Lohr, ich bin raus. Tschüssing! 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 Vielen Dank.